So, guten Morgen, da sind wir wieder bei Error Scrolls, geht grad richtig hart, diesmal sind nicht abgestürzt, hab's nochmal neu installiert und bla und plapp, wieder abgestürzt, jetzt geht's irgendwie, keine Ahnung, warum. Wir werden auf jeden Fall grad von den Drachen scheinbar gerettet. So, jetzt dürfen wir auch mal selbst laufen, ja, herzlichen Glückwunsch. Äh, äh, wo müssen wir hin, da müssen wir hin. Alles klar, komm mal her, Gangster. Was ist das für ein Ding? Könnten die Legenden wahr sein? Das ist ein Drache. Legenden brennen keine Dörfer nieder. Wir müssen los, jetzt! Hört sich gut an. Was ist hier mit den Gangstern los? Hoch durch den Turm. Sie sind fertig, Sie sind los, einige von diesen Fippen. Alter, die Garianer, was geht hier ab? Komm mal. Oh, Barbecue oder was? Gut, hervorragend. So, was können wir denn looten? Ne, Hände sind gefesselt. Ja. Was soll ich das denn machen? Space zum Springen. Boah, kann ich übel springen. Alter, Sprich, jeder. Weiter, 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 was ist denn das da? Achso, da sind mal eine Hitpoints, oder wie? Was geht jetzt? Feuer! Immer noch am Leben. Drache. Hm, gib mir Mühe. Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen. Die Götter mögen euch leiten, Adwa. Und dann? Ach, wir können immer noch nicht looten, weil wir sind immer noch gefesselt. Schade aber auch. Na, bei der Wand. Äh, das ist sicher eine Drache scheinbar, okay. Ja, mach ich. Mach ich, mach ich, mach ich. Lauf, Schlampe. Ja, das ist schön die Teams. Die muss ich jetzt hier liegen lassen, oder was? Das ist schon schwerst asozial, ey. Lauf. Schwuppe. Geh hin. Nach da. Ach, da ist er, ja. Oh, eine Drache. Watt, wer, wohin? Dahin. Alles klar, schreck ich. Boah, das haben wir das erste Stückchen ja scheinbar geschafft. Und ich hoffe, das Spiel kackt jetzt nicht wieder tausendmal ab. Das würde mir nämlich voll schwärm pissen, aber im Moment sieht das ja ganz gut aus. So. Jawohl. Jetzt macht er bestimmt meine Fesseln auf, oder? Wir sehen uns dann in Sovengarde, Bruder. Achso, Sovengarde, sowas wie der Himmel, ja? Offenbar sind wir die Einzigen, die es geschafft haben. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Das Ding war ein Drache. Das ist korrekt. Kein Zweifel. Genau wie in den Kindergeschichten und Legenden. Die Vorboten des Endes aller Tage. Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Hier. Ihr könnt euch Grundjahrsdraben ruhig nehmen. Er wird ihn nicht mehr brauchen. So, jetzt müssen wir die Maus langsamer machen. Bei dem Spiel ist es hier relativ langsam jetzt, aber hier ist es zu schnell, wenn ich hier eine Maus hochstelle. So, wir haben einen, was haben wir, den Eisenachsdraben, das ist schon mal eine schlechte Neugenschaden, Gewicht 11 und Wert 30. Die nehmen wir. Und wir haben einen Sturmantelbrustpanzer, den nehmen wir auch. Und die Stiefel nehmen wir natürlich auch gerne mit. Waffenbekleidung. So. Ja. Äh. Kriegsachsdraben. Achso, die haben wir jetzt equipped quasi, ja. Das haben die ein bisschen blöd gemacht hier. Ich hoffe, da gibt es da nicht nochmal so... Ausrüsten, Ablegen, Favoriten hinzufügen. Was ist hier... Wie... Nehmen. Haben wir doch alles schon. Alles nehmen. Ja, wie... Ja. Wie kommen wir denn jetzt hier... Ja, mal Favorit hier. Nein, das nicht. Das hier ist ein Favorit. So. Äh. So, jetzt mal ganz ehrlich. Wie kommen wir denn hier... Nein. Wie komme ich denn hier wieder raus? Favoriten sitzen. Ah, Tab. Alles klar. Wieder schnell machen. Schwingt die Rüstung an und schwingt die Axt. Ich werde versuchen, einen Weg hier herauszuführen. Ja. So, warte mal. Diese Magiefähigkeiten, Objekte, Karte, Objekte... Das ist echt doof gemacht hier. Waffen... Ja, haben wir alles richtig so. Die ist verschlossen. Gut. Versuchen wir es mal beim Tor. Sehr konsolen-like, leider. Aber muss man sich dann wohl dran gewöhnen. Verdammt. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Kein Ragdoll, alles klar. Die Keiserlichen! Entdeckung! Ja, ich bin voll in Deckung. Und jetzt? Kloppen wir die jetzt kaputt? Ich werde den Boden mehr in Blut tanken! Ich werde die Schlade! Äh, äh, äh... Vielleicht hat er hier einer von den Kaiserlichen den Stuhl... Ja, mal gucken, was hat denn der hier alles? Rüstung... Also ein direkter Vergleich wäre mal ganz nett, ne? Äh, Kaiserlichter-Helm-Bla... Leichte Armschienen... Die Armschienen nehmen wir auf jeden Fall... Haben wir die jetzt equipped, oder was ist hier die Kacke? Bäh, sehr unübersichtlich alles. Ne, Moment mal, ich glaube, wir plündern erst mal alles hier, dann... Wurschteln wir uns danach ja mal durchs beschissene Menü, weil das ist gerade echt eine Krankheit im Menü. Lass mal sehen! Hier. Oh, sexy. Wollen wir mal sehen, ob er diese Tür öffnet? Ja, ich guck jetzt erst mal, was hier mit meinen Objekten ist. Was hab ich denn jetzt? Alle Waffen! Weil da haben die echt sowas von beschissen gemacht, ey. Krieg ich die Krise. Gewicht, Schaden, Schaden ist alles gleich. Ja, das ist... Bekleidung, Lappen wollen wir nicht haben. Tunica wollen wir auch nicht haben. Kaiserliche Mopeds. Rüstung, Rüstung, Rüstung. Dabei ja auf Magie gehen möchten. Es ist nun mal so, dass wir wahrscheinlich keine schwere Rüstung tragen werden. Wobei, ich glaube, das ging auch. Wie ihr das Wasser den ganzen Turm über unseren Köpfen zum Einsturz bringt. Müssen wir mal schauen. Schwere Rüstung und Magie. Keine Ahnung. Gucken wir mal. Jetzt geht hier sowieso noch nicht so viel. Hopp. Ja. Schön. Hier ist noch eine Tür. Ist das so? Weitere Täter wäre Ausdauer niedrig. Ausdauer ist niedrig. Dadurch kannst du mehr... Nicht mehr Spirinten und bla. Mächtige Angerfahrt durchführen. Das ist schön. So. Was haben wir denn jetzt hier? Kaiserliche Kacke hier. Wir looten erstmal alles. Erstmal alles looten. Kann man nachher nämlich schön verticken. Wein. Nehmen wir auch mal mit. Was haben wir denn hier noch? Äh. Zaubertrank. Ja. Haben wir Zaubertränke gefunden scheinbar. Eine Kessel. Ne. Nehme Korb. Ist blöd. Ich will gar keinen Korb. Was haben wir denn hier noch? Fast durchsuchen. Ah guck mal. Dann haben wir doch noch hier noch mehr Zaubertränke. Sack durchsuchen. Äpfel. Ja. Leer, leer. Korb. Sack durchsuchen. Äpfel. Nehmen wir mit. Was haben wir denn hier noch? Hübsches alles. Ne. Ja. Fertig. Dann gehen wir weiter. Gehen wir mal. Beim Blut eines Tolls. Es ist eine Folter. Werd ihr das? Eine Folter. Kammer. War das hier ein Kollege? Wer ist denn jetzt? Wie muss ich töten? Warte mal gucken. Wer ist denn? Töck. Ach, das sind alles Homies oder wie? Nein. Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Als der Drache aufgetaucht ist. Dann müssen wir uns nochmal eben ins Inventar schauen gehen. Was haben wir denn? Ist hier Waffen. Eisen durch. Schaden. Zehn. Das ist mehr. Zehn. Das ist nicht. Ne. Da. Eisenstreitkolben. Bekleidung. Stiefel. Lappen. Dann nehmen wir erstmal hier Schwerrüstung. Darauf geschissen. Rüstung. 25. Ja, das. Kaiserliche Maschine. Ne, das. Das sieht erstmal gut aus. Moment. Was haben wir denn hier? Es sieht so aus, als wäre etwas in diesem Käfig. Lese Buch von Drachenblut. Alter, Umblätter mit den Maustasten. Die Krise. Bla, bla, bla. Ne. Viele Menschen haben Drachenblut. Drachen. Ja, da sind wir ja morgen noch mit dran. Das dauert. Was haben wir denn hier noch? Die Triche. Hervorragend. Nehmen wir mit. Das ist abgeschlossen. Heißen soll ich. Ich. Möglicherweise brauchen wir das Gold, wenn wir hier rauskommen. Ja, benutze Maus, um Dietrich zu drehen. Und A, um das Schloss zu drehen. Je näher sich der Dietrich an der richtigen Position befindet, desto, äh, desto weiter dreht sich das Schloss, bevor der Dietrich abbricht. Erst, wenn der Dietrich an der richtigen Position ist, dreht sich das Schloss vollständig und lässt sich öffnen. Hervorragend. Deswegen. Mit A, ne? Das war aber nicht von Elder Scrolls, die Technik, oder? Das war davon... Von... Oder nicht von Fallon?